Bei Janssen hat der Patient Priorität. Darauf sind wir stolz. Das ist in unserem Credo verankert und bestimmt unser tägliches Handeln. Die Rolle des Patienten ändert sich jedoch schnell. Sie beteiligen sich mehr, informieren sich selbstständig und leben gesundheitsbewusster. Patienten inspirierten uns, Patientenengagement neu zu denken. Es transformiert unsere Arbeit in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Kommerzialisierung und Medikamentenbereitstellung. Patientenbedürfnisse wurden früher über Dritte ermittelt. Heute reden wir direkt mit Patienten, um ihre Perspektive und Expertise zu erhalten. Wir nutzen Systeme wie das Patient Engagement Dashboard. Wir verfolgen, wie das Patientenfeedback im jeweiligen Krankheitsbereich integriert wird. Unser Unternehmen fokussiert sich dabei auf vier Bereiche. Kernprozesse, Patientenunterstützung, innovative klinische Prüfungen und Interessenvertretung. Einige der ersten Anstrengungen haben bereits die Effektivität dieses Ansatzes belegt. Wir haben zum Beispiel das Zielproduktprofil verändert, um die biologische Wirksamkeit bei einer oralen Medikation zu verbessern und so eine schnellere Remission zu erreichen. Auf Grundlage des Patientenfeedbacks wurde das System zur Verabreichung eines Prüfpräparats angepasst, um den Patienten die Anwendung in klinischen Studien zu erleichtern. Wir haben den Transport und die Terminvereinbarung für Studienteilnehmer mit Sehstörungen verbessert. Kein Patient ist in den ersten sieben Monaten aus der Studie ausgeschieden. Mit solchen Änderungen kommen an die Patientenbedürfnisse angepasste Medikamente schneller auf den Markt. Wir versprechen uns durch die Einbindung von Patienten und allen in der Versorgung Tätigen bessere Gesundheitsergebnisse.